Darf ich mich vorstellen? Ich bin eine richtig alte und mächtige Buche. Ich bin schon über 200 Jahre alt und habe vielen Menschen und Tieren Unterschlupf gegeben. Ich danke hier dem Künstler, der mich einzig mit dem Bleistift zeichnet, um so zu erinnern, dass wir Bäume Lebewesen sind. Lass mir gern ein Abo da und erzähle mir von deinen Lieblingsbäumen.